Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo – kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Diplom-Feier und Ausstellungseröffnung der Rhein-Sieg-Akademie. Vom Beef Heaven Steak-Restaurant wandelbarer Brautmode Black Drops, Detox-Drink, Wohlfühlpralinen, einem Netzwerk der Synthwave-Szene bis zu einer kreativen Mindmapping-App. 18 Diplomanten der Rhein-Sieg-Akademie begeisterten mit tollen Produktkonzepten und spannender Kommunikation. Mein Thema ist die Entwicklung, Gestaltung und Vermarktung eines Modelabels für wandelbare Brautmode. Ich war auf vielen Hochzeiten und oft wurde bemängelt, dass die Brautkleider für die Party abends ungeeignet sind, da sie eben sehr ausladend sind und unkomfortabel. Und das wollte ich irgendwie ändern. Im wunderschönen Monat Mai sprießen auch die Ideen der Absolventen der Rhein-Sieg-Akademie für Kunst und Design, kurz RSAK. In ihrer Diplomausstellung präsentierten die 18 Absolventen vielfältige Themen. Eine App, mit der man kreativ arbeiten kann, ein Steak-Restaurant, das gestaltet ist wie ein Hörsaal, eine Grafik-Novelle mit aufwendigen Illustrationen, die als Print-Novella monatlich erscheint und eine Wohlfühlpraline, Wolke 7, mit der man gesund naschen kann. Mein Ziel ist, ich möchte zeigen, dass man Kaffee mit anderen Geschmacken genießen kann. Und wir haben Wasser mit fruchtigem Aroma, Kakao mit fruchtigem Aroma und Früchtetee eigentlich, aber niemand bis jetzt denkt, über Kaffee vielleicht mit fruchtigem Aroma auf den Markt zu vermarkten. Nach fünf Jahren und über 20.000 Stunden Studium in Design, Kunst und Kommunikation fanden jetzt die Abschlussprüfungen in Kooperation mit der renommierten Werbeagentur Grey Düsseldorf und der Weiterbildungsgesellschaft der IHK Bonn-Rhein-Sieg statt.